Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 46 Prozent der Frauen, die sozialversicherungspflichtig arbeiten, arbeiten in Teilzeit. Und anders als das einige vorhin vorgetragen haben, ist das durchaus nicht immer freiwillig. Wie richtig ausgeführt worden ist, ist es so, dass viele Frauen, und zwar viel mehr als Männer, da arbeiten nämlich nur 10 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Teilzeit, gehen nach einer Familienphase in Teilzeit. Und anders als das eben hier dargestellt wurde, ist es keineswegs so, dass diese Frauen dann einen Anspruch in späteren Jahren auf Rückkehr zur Vollzeit haben, sonst müssen wir uns ja heute über diesen Tatbestand nicht unterhalten. Und ich möchte einmal schildern, wie ein normaler, ich glaube, durchschnittlicher Mensch sich so eine Erwerbsbiografie auch vorstellt. Natürlich fragt man sich, wann gibt es eine Familienphase, wann gibt es eine Aufstiegsphase, und wie kann ich das dann meistern? Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, ich kann mir eine Teilzeit eigentlich gar nicht erlauben und deswegen kann ich eine Familie nicht so gründen und nicht so gestalten, wie ich es für richtig halte, werden viele Menschen, Väter wie Mütter, in Vollzeit gezwängt oder eben sie nehmen die Teilzeit in Anspruch und haben dann nicht mehr die Möglichkeit, in Vollzeit zurückzukehren. Und das hat schwerwiegende Folgen. Das ist richtig dargestellt worden. Wer in Teilzeit bleibt, macht weniger Fortbildung, hat eine schlechtere Rente und hat schlechtere Aufstiegschancen. Wer das hier heute bezweifelt, ist wirklich nicht in der Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und einen Punkt hat der Ministerpräsident ja gestern in seiner Regierungserklärung angesprochen. Wir hatten ja einen, und zwar den Punkt Frauenförderung. Er möchte, dass Frauen wieder für gleiche Arbeit gleiches Geld verdienen. Das ist erstmal eine gute Erkenntnis. Nur haben wir nicht nur beim Fragen beim Beamtengesetz gesehen, was die CDU, FDP, Landesregierung hier gemacht, sondern auch hier frage ich mich, das, was im Beamtenrecht Gott sei Dank in vielen Teilen möglich ist, nämlich sehr wohl auch sich freistellen zu lassen, von Teilzeit wieder auf Vollzeit zurückzukehren, muss für viel mehr Betriebe in Deutschland möglich sein. Und das gehört zur Erwerbsbiografie von Erwachsenen, gut ausgebildeten Menschen einfach dazu. Das ist modernes Arbeitsrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will einen zweiten Punkt ansprechen, der jetzt in dem Antrag nicht untergehen soll von den Kollegen der SPD. Das ist nämlich die Frage des Kompetenzzentrums Frauen und Beruf. Das führt nämlich dazu, das ist in diesem Rund, zumindest in der letzten Legislaturperiode, oft nicht verstanden worden. Dieses Kompetenzzentrum berät gerade Unternehmen und nicht Einzelpersonen dabei, wie sie ihren Betrieb familienfreundlich gestalten können. Und da gibt es sehr gute, und das ist auch die bessere Lösung, das sage ich an dieser Stelle ganz eindeutig, als sich gesetzlich damit auseinanderzusetzen. Natürlich ist es besser, wenn Betriebe flexible Möglichkeiten vertraglich oder durch Gestaltung oder durch Betriebsvereinbarung verabreden. Dann kann man nämlich viel flexibler auf die Modelle eingehen. Und deswegen halten wir es für richtig, dieses Kompetenzzentrum weiter zu stärken. Und ich appelliere an CDU und FDP, nicht die Achsen an dieses Kompetenzzentrum zu legen, sondern eher die Fähigkeiten, dieses Kompetenzzentrum auszubauen, die EFRE-Mittel zu sorgen, dort besser zu arbeiten. Ein letzter Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, kann ich mir allerdings auch nicht ersparen. Der Koalitionsvertrag ist ja von der Kollegin von der CDU eben vorgetragen worden. Und er ist eindeutig. Und anders als Sie das dargestellt haben, Frau Oellers, ist es nicht so, dass der Vertrag erfüllt worden ist, sondern die Bundeskanzlerin hat ganz klar hier Koalitionsbruch betrieben. Das sehe ich eindeutig so. Und verweigert eine Besserstellung für Teilzeitbeschäftigte. Das ist eindeutig. Aber warum die Arbeitsministerin nicht in der Lage war, früher diesen wichtigen Punkt in der Legislaturperiode anzusprechen, bleibt ihr Geheimnis. Ich kann nur sagen, das ist tatsächlich Wahlkampfmodus. Und das finde ich außerordentlich bedauerlich. Weil das ein wichtiger Ansatzpunkt wäre, Familienpolitik, Zeitpolitik und Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland wieder deutlich mehr in den Fokus zu setzen. Das hätte es verdient, durchaus früher abgebildet zu werden. Und es ist schade, dass es nicht zum Gesetz worden ist. Wir Grünen halten das inhaltlich für richtig. Wir setzen uns für deutlich mehr ein. Und weil die Kollegin Schneider den Punkt auch angesprochen hat. Die CDU hat die Zustimmung verweigert, weil Frau Nahles, so wie es üblich ist, bei 15 Beschäftigten die Grenze der Gültigkeit ziehen wollte. Die CDU wollte bei 250 und mehr. Davon wären weitere 6 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte von dieser Regelung ausgeschlossen gewesen. Dann kann man es auch irgendwann lassen. Wenn man ein solches Gesetz macht, dann so wie sonst im Teilzeîtrecht ab 15 Beschäftigte, sonst wird es ein zahnloser Tiger. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.